Anwesert die Schöße unterbrechen 6 für uns noch verkehrt von mir und wieder ein zu sehen und schon nur für uns Oh nein, das wollte ich jetzt nicht. Da braucht ihr keines mehr. Benden! Wieso könnte ich das jetzt nicht benden? Mal se- Mal sehen wie lange die Serverübertragung läuft. Ähm... Wo komme ich da jetzt hin? WTF, wo bin ich jetzt gelandet? Wieder beim Anfang? Ah, das sieht so aus. Okay. Ich war da schon noch richtig. Was ist das? Hab ich das schon angegriffen? Naja, gut. So Quadratmeter, ich bin dann zu früh Zum Erfüllung dieser Weg auch nicht. Genau da müssen wir hin. Äh ja dann gehen wir weiter. Witzert. Warum leuchtet das so komisch? Okay. Ich hab's verstanden. Dann gehen wir mit der zweite. Okay. Untere Lüftungsschächte. Meine Güte, ich sollte richtig lesen. Ich hab, glaube ich, hier unsere Lüftungsschächte gelesen. Ja. Wie meine? Sollte es da weitergehen? Oh. Jetzt sind wir bei dem oberen, okay. Das Gefühl sind wir hier richtig? Ja, wir sind hier richtig. Das ist Babys und Toddlern. Das ist gut für dich. Was? Was heißt für mich? Hey, woher du... Toddl? Ich glaube, sie sind wirklich guter Leute. Well, du würden sie nicht vertraut haben, sonst würde ich nicht. Und ich weiß, dass dein Vertrauen ist ein hartes Schaden. Ja? Well, für alle unsere Sachen, wir hoffen, dass du richtig bist, Cowboy. Ich bin bereit für ihn eine Chance, zumindest für ein bisschen Zeit lang. Especially, wenn es bedeutet, dass Andy und unsere Freunde zurückkommen. Agreed. Gorge! Ich bin ein bisschen Angst über unsere neue Freunde. Naja, wenn das nicht auch voller ist. Muss ich dann noch näher ran? Okay. Ich will noch sehen, was... Ach so, da kann ich glaube ich runterfahren. Will ich jetzt nicht immer drückt, oder? Ah ja. So kommen wir schnell zum Schwecher. Woah. Vielen Dank. big die